Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, ein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Katz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Sie beide halten. Sie sind bereit. Was ist das? Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Fenster im Auge behalten. Amerikanische Infanterie vor Ort. Schröder, an das AMG-Feuer. Schröder, Schröder! Schröder, Schröder! Schröder, Schröder! Vorrücken! Zzzz 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 Das war's für heute. Wie gefällt das dich? Sei stark, Amber. Verfolge einfach deine Befehle. Bereich gesichert. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Weißen. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Zieger hatten Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Katz. Jawohl, Kommandant. Sherman, sie rücken vor. Volltreffer. Ermischen. Direkt ins Ziel. Panzer zerstört. Gute Arbeit. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Stefan ist startklar. Aufmerksamkeit. 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 Weiter auf der Straße. Zerstören wir Ihre Verteidigungen. Wir haben es geschafft! Zwölf Uhr! Mohn! Strengen Sie sich gefälligst an! Nur noch eine Sekunde! Die Amerikaner laufen davon! Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Schöne! Schöne! Arzellerie! 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 Feindliche Arzellerie auf dem Hauptflass! Sofort vorrücken und zerstören! Befehl bestätigen, Hartmann! Jawohl! Oberkorn und Arzellerie, Arzellerie! Befehl bestätigt! Rücken jetzt zum Ziel vor! Tipp, komm an! Prinzeln, nein amano! P öğrenst du! Im Ahnung, Schöne! Tras här 하ine- Viel gef confuse? Tja. Vers 7, Entfüßen sie mit Ah Tada, Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Kein Durchschlag! 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 Sofort angreifen und absehen! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, schnauze Hartmann! Wir können sie nicht abhängen! Kerz! Sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben! Schröder und Hartmann, sie feuern nur, wenn sie ein Ziel haben! So schnell es geht! Ich arbeite dran! Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung gegen sein Raketenpanzer? Die Panzerung hat den Schuss einfach abgefeucht! Wir werden es nicht schaffen! Das war der letzte Luft! Sie haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht! Das war verdammt knapp! Alle Panzereinheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor! Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Kerz, bringen Sie uns zu dieser Position! Ja, Kommandant! Alles klar! Wir können los! Die Tür zum Sammeln Dreh uns auf! Die Tür zum Sammeln! Die Tür zum Sammeln! Taht. Die Tür zum Sammeln! Die Tür zum Sammeln nicht in dem Man geht's auf den Barra Langsam, Kerz. Nicht so dicht an die Mauer. Wie kommen Sie voran, Kerz? Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen. Die Schreiber sind geschehen. Die Schreiber werden nicht verletzt. Die Schreiber werden nicht verletzt. Das ist ein Hinterhalt. Schröder! Gute Arbeit! Aber es ist noch nicht vorbei! Schuss hat gesetzt! Treffer bestätigt! Diese Bastards sind verrückt! Glaubt an die Stärke und an Deutschland! Gertz! Bringen Sie uns zur Brücke! Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Eingriff nicht abbrechen! Wir werden alle drauf gehen! Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben! Das sind einfach zu viele! Beruhig dich mal! Herrgott nochmal! Ruhe! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund! Wir sind gleich an der Brücke! Machen wir einfach unsere Arbeit! Wir werden hier! 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 Untertitelung im Auftrag des WDR Stringen Sie sich gefälligst an! Ich hab's gleich! Sie ausgescheitert! Feindliche Panzer! Wie viele Panzer raten Sie wohl? Ganz ruhig! Wir schaffen das! Sollen Sie nur kommen! Alles erledigt! Ich hab's gleich! Ich hab's gleich! Versteckte den Treffer! Weit neutralisiert. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Die Reparatur sind erledigt. Gute Arbeit. Aber die Passlung hat gehalten. Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Kerz. Was ist das? Stefan, es stand klar! Was ist das? Was ist das? Urlaub, auf! Was ist das? 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 Was ist das?